Servus Leute, erstes Video. Wir sind am Paris-Mutter Flughafen, wie ihr sehen könnt und es geht gleich los. Wir sind jetzt mit dem Zug hin gekommen und gleich geht es ab nach La Romana, zwölf Stunden. Jamaika! Musik 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 Nach 12 Stunden Flug haben wir schon coole Leute kennengelernt, haben wir es jetzt endlich geschafft und es startet gut, die Leute haben uns schon vom Namen erkannt und Lukas wird ganz in der Nähe, da hinten, uns gleich einchecken und wahrscheinlich umkippen, die Mitarbeiterin von ihm hat uns gerade erzählt, dass denen aufgefallen ist, dass ein Paar, also Papa und ich quasi mit dem Namen, Namen Sommerfragen hier sind und das ein bisschen komisch kommt, einen Sommerfragen gibt es jetzt auch nicht ganz so oft, Ja, wir sind gespannt, es wird lustig und Lukas wird sich freuen Musik 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 Servus, Servus. So, uns hat es jetzt aufs Schiff verschlagen, erzähle ich mal kurz, wie es hier gerade aussieht, das ist unglaublich schön. Gestern die Überraschung ist uns auf jeden Fall super gelungen, Lukas ist aus allen Wolken gefallen und wir haben direkt das ganze Team kennengelernt. Die Leute hier sind auf jeden Fall super, super nett, muss man wirklich sagen. Es ist noch richtig spaßig hier zu unterhalten. Wir haben uns auch schon die ersten Getränke geholt, also das Leben könnte schlechter laufen und es ist unglaublich hier. Wasser, soweit der Horizont reicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sehr gut, Freunde. Wie ihr vielleicht sehen könnt, sind wir gerade auf Jamaika. Wunderschönes Land, leider ein bisschen ärgerlich, haben wir gerade eine geführte Tour gemacht, können aber nicht den eingezäunten Bereich verlassen. Das ist quasi hier. Wunderschön danach, aber das geht leider nicht aufgrund von der Corona-Beschränkung. Genau, aber wir gucken uns jetzt die Shops hier an, haben gerade schon eine coole kurze Tour gemacht, wie ihr gesehen habt und wir sehen uns später wieder. Bis zum nächsten Mal.